So, das Game würde ich jetzt gerne gewinnen. Was ist mein Raiden Geist? Ne, ne, jetzt würde ich weiter. Ich wollte nur auf Jacks warten. Das ist alles. Mir interessiert mich nicht. So gecute, das heißt, wir kriegen ihn nicht. Schade. Oh, geflasht. Oh, Milio? Milio hat geintet. Und jetzt intet sehr genau. Wie kann man denn? Oh, 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 oh. Oh, wenn du jetzt mal richtig schnell hilfst mit dem Leech, ne? Dann gehe ich straight up den Heker invaden. Ich glaube, die haben nicht gewordet. Das hätten wir gesehen. Wackelt, ich probiere es. Das wäre so witzig. Oh, actually, pass auf. Wollt ihr mal ein High IQ Play sehen? Nicht High IQ Play? Ich auch nicht. Ich komm wieder. Ist mir egal. Oh, League ist so ein schönes Spiel, Mensch. Beautiful. Also wenn ich jetzt eher wäre, ich wäre tilted und würde zu meinem Red Buff gehen, deswegen habe ich den jetzt sofort gemacht. Oh, er kriegt ihn einfach. Ich probiere es, aber ich glaube nicht, dass ich ihn kriege. Er apportet einfach, ne? Oh, er apportet nicht. Okay, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Pusht der? Muss ich über den Tower? Bin mir nicht sicher. Okay, das kann nur schief gehen, right? Ah, das geht gut, actually. Oh, er hat mich ignited. Das gibt's nicht. Den hatte er noch danach. Wow. Hat er Double-Wuff gekriegt von mir? Ja, ne? Das ist noch der Starter, Grump. Das tut mir leidlich. So, I might just kill this bitch right now. Oh, Mel fight! Mel fight isn't fighting the Mel in his life. Okay, wisst ihr, weil mal schlecht auf Französisch. Schade. Bot lane, aber gut top lane. Uh, da snack ich mir zwei Kills ab. Das sehe ich nicht. Ist er mit drei? Oh, mein Gott, hier snack ich mir actually drei Kills ab. What the fuck? Oder auch nicht. Ne, bringt Spaß. Ist witzig. Stun ihn. Was ist das, wenn die so alle entgehen? Ja, was denn? Ich hatte keine Ult. Slash-Deffen einfach beste Sache, die es jemals gab. Beste Veränderungen in den letzten zwei Jahren, die sie in League of Legends gebracht haben. Zusammen. Actually, Master, hier Attack-Range-Buff is up there. Aber Slash-Deffen ist ein guter Contender. Es ist so befriedigend zu wissen, dass er weiß, dass er mich nicht erreichen kann. Oh. Du hast sie unter Kontrolle, wa? Die macht ja gar nichts mehr. Warte, ist das eine AD-Cutter? Ich bin fein, oder? Uh. Wie bekommen wir den Recall? Was für ein Recall? Achso, das ist da drüber. Under Level 5. Ist nicht schwer, du musst nur ein normaler Mensch sein. Weil wir haben einen 5-2-Brand, I guess. Was ist das denn hier? Keine Rüte, ich kann da nicht rein. Oh, no! Warte mal, was macht er denn jetzt hier? Wieso bleibt er unter dem Tower? Guck mal, wie ich ihn dir geschenkt habe. Bin ich nicht freundlich. Ja, ich würde hier einfach direkt in den Drake reinfahren, alles klar. Schon mal den Double-Strike hier aufladen. Das ist natürlich ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Ne, ich meinte, dass ich ihn nicht getötet habe, ist ungünstig. War ja hierhin halt. Der Fight ist ja Omega-Lost, wa? Magical ist fair trade. Das ist ein okayer Trade. Level 105, nein, Honor Level 5. Ehre Level 5. Du brauchst, musst honorn, gehonored werden und keine Bands kriegen. Keine Chat-Bands oder sowas. Das oft. Aber wie gesagt, das ist machbar. Du musst nur ein Reasonable Human Being sein, dann schafft es jede innerhalb einer Season. Als Poro-Professor noch dachte ich, dass Yamomo Main wäre. Das waren gute Zeiten. Ob das gute Zeiten waren, weiß ich nicht. Obwohl wir noch damals viel gewonnen, das waren gute Zeiten. Aber grad gewinne ich auch viel. Geil. Da sind wir drin. Friedrake. Warum bist du denn hier? Weil du TP hast, I guess? Glaube ich. Ich will nicht. 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 Beste Umentscheidung. Ah, ich bin trotzdem low. Okay, wenn ich jetzt Heka wäre. Ich würde mich hier in Wäldern kommen. Okay, Heka ist nicht ich. Und jetzt. Was geht vielleicht der Risch? Köttboula. Mit Kartoffel, Püree und Kurven und Pfeil. Oder auch der Grund zu Ikea zu gehen. Actually einer von drei Gründen zu Ikea zu gehen. Köttboula, Hotdogs, Bleistifte. So, dankeschön. Wollt ihr noch mehr? Das hätte ich meine E-Verkraft, deswegen kann ich euch nicht feiern. Lasst den in Ruhe! Immer noch, oh klar, das ist wirklich zum Kotzen. Oh, was? War das so viel Damage von Cutter? Oh, das war das Damage von Rumble. Oh, das sollte reichen, oder Leute? Bist du atemendes Tag? Könntest du gleichzeitig mit dem Jacks Schlag da? Hast du? Na gut. Morgen Schule und die Zeitungsschule lassen mich erst müde werden. Ja, die Zeitungsschule hat uns beide heute Nacht auch ein bisschen Hobbs genommen, muss ich sagen. Junge, er ist ja immer noch dabei! Er wird einfach nicht fertig. Als wir also heute Nacht auch so plötzlich diese Stunde weg war, das hat sich einfach scheiße angefühlt. Vor allem wenn du sowieso schon zu lange wach bleibst. Vor allem bin ich ganz stolz, dass ich heute Nacht, dass wir nicht bis um sieben wachgeblieben sind, sondern stattdessen einfach noch früher ins Bett gegangen sind. Ich habe hier auch immer noch eine Shelly, die würde ich gerade eigentlich unfassbar gerne Botland sitzen, bin ich ehrlich. Ich sitze jetzt hier unten, super versteckt und dann gehen wir zum Baron. Das ist die typische Splitpush Shelly, die Mangos Splitpush Shelly. Geplant, weil jetzt einen langen Weg hat. Das heißt, sie lebt länger. Das heißt, wir haben jetzt einen Baron zu ziehen. Hä, haben sie nicht ge... Wait! Sie sind nicht... Der ist ungewordet! Wie haben sie das denn verkackt? Das ist impressive, dass sie das verkackt haben, wirklich. Noch jemand... Und den möchte er auch noch. Da, da kommst du tatsächlich nicht mehr weg von. Außer du hast Geld raus. Ich hoffe mal nicht. Da schiebt er ein FF-Wort hinterher. Klassiker. Oh... 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 This is gonna be fun. Guys, ihr müsst jetzt top rotieren. Warum rotiert ihr so weird top? Was ist das? Warte mal, ihr rotiert gar nicht top, ne? Was ist denn das? Ihr müsst flanken! Sehr gut. Baron wurde abused. Du kannst einfach irgendwas holen. Derjenige ist tot, ne? Ja... Das ist nicht unbedingt die Art von Geldstich. Na... Na, dann geht's. Oh mein Gott. Haha! Nicht idiot. Ja, gut. Dann wär's. Oh mein Gott, wie dumm vor mir. Ich weiß nicht, aber ich würde... Ich mag diesen Bildpaar auf mich. Der ist wirklich, wirklich scheiße. Kennt ihr das? Wenn ihr so eine lange Zeit beim Essen nichts trinkt, und dann schüttet ihr hinter dem... hinter dem Essen so... so ein viertel Liter Wasser hinterher. Und ihr merkt richtig, wie das alles im Magen so verläuft und schön zu einer Einheit wird. Oh, okay. Oh, okay. Warte, das ist eine Ulti-Yield? Endet, Jax! Endet! Okay, sei ein Jax-Spiel! oh! Juxcon's on the Malfight. Kompletter Team-MVP. Kompletter Team-MVP. Jobjax! Das ist doch wirklich super wichtig. Ja, oder? Ex-Spieler-Tasse Tee. Oh, warmes Trinkst... bist du so jemand, der warmes Essen zu warmem Essen... ...warmes Trinken zu warmem Essen... trinkt oder wie ist das mein gott die menschen noch ein auto tech mehr raus kann wieder künftig pender man kann jetzt nicht finischen weil ich die ente hat doch war das noch ein glück dass das ist also selber ist meine augen darüber nach dass ich da nicht hin und darf also ich sammle quadras aber das sind irgendwie nicht aber ich bin quadra sammler hauptberuflicher quadra sammler minus 30 plus 20 was ist das denn